Und willkommen zurück bei Lollipop Chainsaw! Wir befinden uns in der unfertigen Kathedrale mit einem angepissten Nick. Der ist ein bisschen sauer auf uns, weil wir nicht das tun, was er sagt, nämlich ihn irgendwo im Briefkasten zurücklassen und alleine weitermachen. Und ja, wir schauen mal, wie es weitergeht. Ich nehme mal einen Lolli. Sind denn die anderen zehn Zombies, die mir ja angezeigt werden? Die kommen auch erst, wenn ich unten bin wahrscheinlich. War so klar. Oh nein, nicht die... Ach, scheiße, jetzt habe ich keine Muni mehr. Hauptsache, die haben Bauhelm auf, ne? Okay, das mache ich wohl besser erst. Au, 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 au! Drecksack! Entschuldigung! Oh, der Move ist echt gut. Den muss ich öfter machen. Oh! So, ich glaube, da muss ich weiter, oder? Bin mir gerade nicht sicher, oder? Muss ich hier weiter? Nein, das Trampolin ist weg! Ich hatte wohl nur eine Chance und hier ist eine Pole, die ich... Ach, Mann, oh, total verkackt, schuldigt meine Ausdrucksweise, aber total verkackt. Da oben liegt noch was. Münzen. Mist. Und ein... Dingens. Ach, das ist doof. Am liebsten würde ich das jetzt hier normal starten. Das ist doch doof. Aber das kriege ich nur hin, indem ich mich töten lasse. Ach, jetzt bin ich enttäuscht von mir. Ich wäre da gerne hochgegangen. Jetzt entgeht mir da bestimmt so ein goldener Lolli. Ach, wie doof. Naja. Best. Ach, ach, ach. Ach. Ich bin trotzdem enttäuscht. Ich muss mir eben auf die Furt gucken, alles klar. Nein, wie komme ich denn da dran? Ich schieße mal erst da drauf. Na? Nein. Soll es auf die... Boah. Scheiß Zielerfassung. Ah, zwei habe ich erledigt damit. Das ist doch schön. Ah, sehr gut. So. Da ist noch einer. Ich habe nur drei Kugeln. Das heißt, die müssen jetzt alle sitzen. Äh. Vor allem, weil ich an den einen nicht drankomme. Weil die Wand da entweder ist. Ah, gut. Durch das Ding kann sie durchschießen scheinbar. Jetzt habe ich aber keine Muni mehr. Diese Zombies sind wie die wundervollsten Tänzeren. Oh, das ist wundervoll. Oh, mein Gott. Ich kann das nicht sehen. Es ist schlecht, dass jemand in den meinen Eltern Sex haben. Ring. Wo ist denn noch einer? Da muss ja noch irgendeiner mit einem Beatbox sein. Da. Da. Ja, ich bin noch. Oh, ich bin noch ein bisschen schützt. Ach, ich bin noch ein bisschen schützt. Oh, einer fehlt noch. Das bist dann du. So. Was kommt jetzt? Gar nichts gut. Einem Lolli lutschen. Ach, ja, ich bin immer noch enttäuscht von der einen doofen Szene. Das ärgert mich total. Ich dachte, ich hätte auch wie beim Sprungbrett mehrere Versuche, aber dem ist leider nicht so. Gut, die Trippe kann man knicken. Ach, von da bin ich auch gekommen, ich Dummerchen. Kann ich noch irgendwo Mooney abstauben? Ich habe doch hier irgendwo... Ach so, die kommt nicht wieder, schade. Gut, dann weiter. Oh, diese Polizisten, die gehen mir so auf den Sack. Oh, das kann ich auch. Oh. Verdammt, ich habe auch bald keine Mooney mehr. Äh, ich rutsche meinen Lolli. So, Nummer zwei ist auch hin. Ach, vier. Ich dachte, drei. Eins, zwei, drei. Oh, das ist Drecksvieh. Wo ist es? Da. Ist ich wohl besonders stark mit deiner... Oh, scheiße. Ist der schon explodiert? Weiß ich nicht. Oh, ich habe bald 999. Hihihi. So, gibt es hier noch irgendwie Lollis oder so? Nein, natürlich nicht. Gut, dann weiter. Ich habe nicht mehr so viele, oder? Ah, gut, drei. Sollte eine Weile reichen. Hoffe ich. Ach, du Schande. Das sieht immer wieder zu weitläufig aus hier. Jetzt ist hier natürlich noch nichts. Aber wir befinden uns jetzt in der Kathedrale. Ah, was liegt da? Lolli! Oh, was kommt jetzt? Oh, nein. Schneller, 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 schneller. Dreckskind! Soll ich schnell weitermachen? Ah gut, man muss wenigstens nicht von vorne anfangen. Ja, hallo? Ach du Schande. Ach du Schande. Shit, shit, shit. Mal weitermachen. Ja, ist jetzt schön. So, jetzt bin ich genau an der falschen Seite. Obwohl, ich kann's noch schaffen. So, wenigstens... Puh, war's das jetzt? Schnelle Lolli einsacken? Ach ja. So. Dann geht's weiter. So, runter, schreib runter, ganz gut. Was kommt jetzt? Juliette, es ist Rosalind. Ich habe gerade einen Stray-Dog, und es ist so, so, so cute. Du denkst, Mom, du darfst mich halten? Ich hoffe so. Ich liebe es sooo, sehr gut. Warte, nein, keine Ahnung. Die fucking-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding. Oh, war's das schon? Oh, warte. Mein Gott, kannst du mal ein bisschen schneller laufen? Oh, schön. So, das ist jetzt der zweite von zwei Mitschülern, den er mal retten muss. Äh, ja, danke, denke ich. Und tschüss. Juhu, wir haben zwei gerettet. So, mal eben gucken. Sie haben eine Verretterin der San Romero Knights. Ah, vielleicht, weil ich alle gerettet hab? Ich glaub, wirklich, mir ist keiner durch die Lappen gegangen. Ja, man hätte auch normal runterrutschen können, aber natürlich, wir müssen es natürlich auf die erotische Art und Weise machen. Fünf von fünf. Dann sanken wir den ein. Oh Gott, ehrlich? Ja gut, ähm, dann bevor es in die Final Battle geht, verabschiede ich mich an dieser Stelle und hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und würde sagen, wir sehen uns dann beim Endkampf wieder. Ich würde mich freuen. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.